So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und ich weine gleich. Na, geil, Rund und LOL. Schaut mal bitte das Gegnerteam da gerade an. Schaut euch das bitte mal an. Oh Gott, diese Spassis. Ähm, hier. Was soll ich jetzt sagen? Ach ja, genau, guck dir das Gegnerteam mal an. Echt nice. Sind alles fünf irgendwelche Champions in die Mitte gehen könnten. Ja, genau. Ist eigentlich top. Ja, genau, ist eigentlich top. Aber habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in der Mitte gesehen. Aber ich weiß nicht, was die jetzt vorhaben mit den ganzen Champions. Ob die jetzt wirklich alle in die Mitte gehen? Report Yasuo. Yasuo. Okay. Da sind wir die Liebsten. Von vorderen. Oh Gott. Einfach alle reporten, Justin, komm, ja? Ich habe erstmal wen gemutet. Äh. Alter, was ist denn da los? Alter, wie... Kann man nicht mal ein... Kann man nicht mal ein Spiel... Kann man nicht einmal irgendwie vielleicht... Ein normales Spiel haben? Das ist kein Rankages. Ja, trotzdem kann man doch wenigstens einmal ein normales Spiel haben, wo nicht... Ich glaube, wir gehen können ja mal ein ganzer Abschaum her. Alle Flames. Ja. Das sind Vale and Wizard. Ja, kommt doch alle in die Mitte. Kein Ding. Ich habe da ehrlich gesagt. Vale is a Wizard, Justin. Ach, ich kann katzen. Gegen Taktik. Ach, Taktik sage ich schon. Genau. Oh, ach ja, das muss man ja chargen. Habe ich ganz vergessen. Ich spiele momentan immer so ein paar Champions, die ich noch nicht häufig gespielt habe. Deswegen nicht wundern, wenn ich mal... Verkacke oder so. Einfach ein scheiß Bob. Einfach direkt einfach rumrum zu reden, ne? Ja? Ah, okay, man kann ihn auch overchargen. Alles klar. Wusste ich auch nicht. Ich charge dich gleich. Alles klar. Läuft. Oh, meine Hand tut weh. Okay, ich verstehe den Champion, glaube ich, so langsam. Was ist das hier? Eine Kugel. Das erste Mal ich gegen da spiele. Oh. Wirst du Spaß haben. Oh, ja, easy. Wollte ich auch sagen. Darius. Okay, was kann das denn hier? Äh, ich sage das ganz andere Besserung. Die Ding. Ah, okay. Das ist ja vernünftig. Kann ich das jetzt einfach... Ah, nice. Ich könnte sogar schaffen gegen zwei in der Mitte. Wenn ich, äh, nicht die ganze Zeit irgendwie verkacken würde. Magna ist voll hyperaktiv. Oh, das ist ein großes Tier! Ja, das ist er. Der ist groß geworden. Und jetzt aufgleichendes Böse. Warum ist der so? Aua! Wie ein Stunt. Das ist ein Stunt, okay. Aua! Oh, neee. Die können natürlich immer raus. Ich habe keine Lust mehr, auch gegen ein Auto zu spielen. Immer kein Spaß. Gott, die Auto-Attacks von Xerath sind aber jetzt nicht so stark. Boah, ich kriege keinen CS hier gerade. Heftig. Kein Counter-Strike. Nein, ich kriege keinen Counter-Strike hier. Kaufst du doch einfach nicht über eure GameStop. Boah, gegen zwei Leute traue ich mich aber auch nicht so nah ranzugehen, ne? Wenn die einmal ihren Charme trifft. Ja, da kann ich schnuppern ein bisschen ran, du. Dann fickt die mich einfach down. Bringt's halt auch die... Voll auf den Sack, ey. Mein Gott, ey. Geht dem auf den Sack. Hä? Hä? Scheiß Eischhörnchen, ey. Loll. Was ist denn gerade mit dem Charme passiert? Habe ich den... irgendwie weggemacht? Ja, lauf schön rein, ist kein Ding, Ari. Und auch nochmal da rein. Alles cool. Du bist der Meister. Nein. Börs Blatt, toll. Ja. Malon, du bist ein Feeder. Nein, du bist ein Feeder. Du bist ein Feeder. Du bist ein Feeder. Du Feeder ist mein Arsch. Wie meint das? Ja. Ich spiele ihnen zwei Leute in der Mitte und lebe noch, Malon. Du spielst gegen einen. Boah, Alter. Das ist ja knapp. Po, ade. Ja. Gut. Nein. Nein. Alter, Charven. What the fuck machst du denn da? Nein. Oh, nein. Oh Gott. Okay. Ich lebe. Ja, Su ist tot. Du bist ein Arschloch. Ja. Ich bin einfach ein Pro. Ich weiß. Du könntest das auch nennen. Und Charven ist auch ein Pro. Ich bin ein Schicksfrosch. Das ist für mich Pro. Okay. Alles klar. So. Von mir aus. Hey, hey, hey. Ich färg mir Bora ein bisschen rum. Ja. Komm her. Ja. Du hast da ab. Du haust da ab, ne? Spackengesicht, ey. Spackengesicht. Botlane ist auch geil mit Fiss und Katharina. Warum nicht? Na ja. Ist irgendwie ein bisschen. Weiß nicht. Ich meine, das ist ziemlich viel Damage auf jeden Fall. Wenn Fiss seinen Fisch macht und Cutter ihre Ulti, dann... Oh, oh, oh. Ja, scheiße. Wah, genau. Ich war auch Damage, du Hure. Oh, ich hab jetzt Ulti, ne? Oh, don't, don't schrei rum. Doch, ich muss rumschreiben. Ich muss meinen Ozen freien Lauf lassen, ja. Hier gibt's keinen freien Lauf. Oh Gott. Nein. Don't. Don't do that. Don't pull mich an. Oh, Mann. Don't die, du Noob. Zwei Ignites, oder was? Hat der... Komm hier auch rein, aus dem dritten. Hör aus, um blöd zu gucken, du fischiges Fickteil. Kack. Ach, Dreck, ey. Nur, ich hab's ja gesagt, sobald der Charme einmal trifft, bin ich tot. Der Charme, der Charme trifft einmal, bis ich drauf bin, bin ich tot. Ist wirklich so. Zum Kotzen. Komm her! Ja, ja, hielt mich, hielt mich. Ich hab' ich Ulti, Bitch. Ah, der hat viel Damage, der ja so in meinem Tower macht. Los, Javan, mach ihn. Mach ihn, Javan. Make ihn. Ja, und er flasht noch, Alter. Nice. Läuft bei Javan. Läuft einfach bei ihm. Läuft richtig bei ihm. Ja, der kann das. Er weiß, was er tut. Gefällt mir. Don't hit me! Arlon, heul nicht rum. Ah, wegflaschen, sagst du? Aber wie der Angst hat, der kleine Splasher. Der kleine Splasher. Ja. Er hat richtig Angst, ey. Angst auf Lifetime hier. Hast du weggeportet gerade, der Spicker? Der Spicker. Der Spicker. Der Spicker. Der Spicker mal den Arbeiten. Das ist in der Halsverleidigung, ja? Der Spicker nämlich rum, hör mal. Der chillt voll, ey. Wusch den Wusch den mal durch, weißt du? Ich geh jetzt nämlich weg hier. Warum gehst du weg? Er stinkt mir ein bisschen zu sehr hier. Warum? Ich bin noch hier. Nee, deswegen geh ich ja weg, weil du erstinkst. Oh Mann, ey. Nee. Ja. Ich bin halt nicht. Dann geh ich ja wieder weg. Hey, go away. Ja. Ich glaub Ari ist AFK. Was? Komm, jetzt ist sie irgendwie nicht mehr auf der Lane. Auf der Lane, auf der Lane. Oh Gott. Don't hit me. Äh, SS. Oh Gott. Oh Gott. Fuck. Don't even try it. Yasu. Leck mir mein Nüsschen, ey. Leck du mir den Nüsschen. Wusch da raus, du Krüppelbrot. Fuck. Ja, fuck. Alter, ich brauch Mana, ey. Ich brauch, brauch Blubuff. Mein Ding ist weg. Also, mal genau. Mein Ding ist schon wieder weg, Malone. Es wird ja da. Ja, mach doch deine Ulti und. Das ist jetzt so toll daran, du Penner. Ich denk's jetzt, du bist cool. Ist das witzig. Ey, ich... Ja, danke, dass du mir den Blubuff gibst. Echt nett von dir. Super nett. Du bist ja auch nicht nett. Du bist ja auch nicht nett. Du hast voll verdient. Du bist ja auch nicht nett. Ey. Besser als das Game schon mal anfangen. Alter. Don't fucking kill me, Arschloch. Oh, Mann. Kannst du ja nur noch wagen, ey. Ey. Oh ja, geil. GOOOOOOT! Du bist tot. Ein Egg Knight. Egg Knight. Egg Knight. EGG.- Eggот, ein bisschen Gold. Ja, was denn, was denn? Ja, Basti- indung sind Gold. Ja, was denn? Ei, Basti, was geht? Don't even ping on my lane. Oh, Gott. Oh, dann wäre ich hier schon wieder voll getorgt, ey. Ja, aber es wäre voll geto Shiny, ja, dann gehört, ey. So booooooooh. Ah! Nein! Nein! Okay, jetzt reicht's. Wieso sehe ich ihn nicht? Hä? Wieso kann ich nicht klicken? Was denn jetzt? Hä? Ich kann mein Ulti nicht machen! Alter... Ja, richtig geil, Alter. Ich kann meine Ulti nicht zünden. Lass den genau in Ruhe, der ist friedlich. Ich könnte so brechen. Warum hat meine Ulti nicht funktioniert? Oh, Gott. Die hat doch eben auch funktioniert. Ja, super, echt, ey. War ein Free-Kill, weißt du. Mann, komm her, komm. Nein. Ey, don't... 2 Boomerangs. Ja, macht das echt gerne, ey. Alter, macht der Damage? Ja, mir nicht. Ja, mir schon. Ach, das ist doch kacke. Das ist alles kacke hier, weißt du. Nee, da hat man echt keinen Bock drauf. Nee. Hau ich direkt ab, weißt du. Ja, hau ab. Ist mir echt zu viel. Wo ist denn der? Ach, komm mal. Ja, kleine Pozibahn. Ach, dass meine Ulti nicht funktioniert hat, pisst mich immer noch an. Komm her! Don't throw me Boomerangs in die Fresse! Hör auf! Hör auf! Swo de Boomerangs. Hör auf damit! Ich ruf deine Mutter an! Da ruf mal seine Mutter an, ey. Ja, du möchtest immer schönen Fronttalken machen, ey. Ey, du misch mich hier. Watch out for gang. Okay, er ist wieder da. Alles cool. Hör auf damit! Ja, schmeiß mich hier rum! Aua! Yasuo, du gehst mir... Hilfe! Ich brauch Hilfe! Help me! Digga! Ey, wie soll ich denen helfen? Make ihn doch dauer. Aua! Ja, okay. Hilfe. Du kriegst keine Hilfe mehr, nie wieder. Du kriegst keine Hilfe mehr. Ich kriegst keine Hilfe mehr. Oh Gott, ich bin der King. No Ari Afka. Ach so schön. Ja, finde ich auch. Stört mich nicht. Oh, meine Nase. Hm, ich bin der komische Yasuo. Ich mach hier ein bisschen, ne, mit meinem Schwert rum. Oh mein Gna ist futsch. Oh Gott. Ja. Lol. Mein Gna ist immer noch futsch, hörst du. Ja, und ich bin tot. Bist du tot, sagst du? Ja, nein. Oh Gott. Nein. Oh Mann. Ich wusste es. Wenn ich dem Typen irgendwie zu nahe komme, Alter, dann fickt der mich einfach kaputt. Ach. Yasuo ist so'n behinderter Wichs-Chimp. Ja? Ist so. So viel Mobility, Alter. Slided ihr einfach die ganze Zeit vor der Fresse rum, ey. Go die Yasuo. Ja schon wieder in der Scheiß-Bunga. Hör auf, dann hab ich gesagt! Mein Tower ist down. GG well played. Ach, 41 Farmen hab ich, Alter. Ich geh grad richtig ab, äh. Ega hat richtig ab, schon die letzte Folge auch. Oh Gott. Oh Gott. Äh, Yasuo ist weg, ne? So fair, I was DC. Ja, was kann ich denn dafür? Alles. Ist an einem schuld. Ja. Hättest du sehen müssen. Hättest du sehen müssen, Marlon. Oh, Mami. Oha, Marlon wird frech. Ja, es ist normal. Make the turret down, Justin. Jetzt läuft's mit dem CS, jetzt läuft das. Also, er fickt mich. Okay, er fick dich also. Natürlich traurig, ja. Das ist ein guter Grund dafür, dass ich wegen dem DC schuld bin, ne? Ja. Weil er mich fickt, ich bin ich schuld. Ja, ich sehe das auch so. Ja, ich auch. Völlig legitim, finde ich. Ich auch, ja. Warte, du bist gar nicht mal vor Top-Lane, okay. Alles klar. Ja, ich bin gerade weg. Wollt gerade mal hochwatschen, aber... Hm, okay. Kein Ding. Was? Ich mach einfach den Tower down. Machen wir einfach down, Justin. Okay, doch nicht. Da ist ein Yasuo. Machen wir einfach nicht down. Don't try to come on me. Du willst ja auch nicht kommen, Junge. Ich ekel auf, ey. War auch nicht getroffen. Das ist aber schade. Ey! Don't fucking... Was hat der vor? Oh Gott. Throw den Typ in die Fresse damit. Ah, scheiße, ey. War aus der Range. Wie schmeckt dir das Gnade? Scheiß Bumerang, hä? Was willst du? Hä? Was war denn das für ein Ping? Das ist ein G aus der Karte raus. Ja, ich glaub, das war... War irgendwie so gemeint. War schon echt nice an ihm. Fisch! Alles meins. Bam! Du hast ihn rausgezogen. Och man, ich hab alles gezündet dafür, dass ich den... Mann, ich freu ihn mal zu slayen. Ja, ich auch. Wollen Schlitzen, Mann. Schlitzen machen. Ich würd sagen, diesmal gewinnen wir das wohl, oder? Ich bin mal hoffen, ey. Wenn wir jetzt noch verlieren, dann... Wait. Okay. I come. With you. Jarvan ist auch da. Irgendwo. In der Nähe. Ja. Aber ich glaub, der Watch wird sie gleich vorbei, oder? Weil das nimmt ihm weg. Oh, der Penner, ey. Mann, echt? Die jetzt wusste, ey, das? Toll. Ne, der will wahrscheinlich helfen in der Mitte. Ach, wahrscheinlich, schade. Mach's nix, ne? Oh, jetzt, jetzt. Double Penetration. Von hinten, von vorne, von überall. Ey. Don't watch between. Sona macht Double Kill. Ja, geh doch. Ich würd sagen, jetzt hatten die genau das Problem, was wir letztes Spiel hatten. Ja? Ja? Jetzt haben die die AFK, Alter. Hör auf zu peggen. Nun kann das auch mal laufen. Nun kann das doch auch mal laufen. Was war das denn? What the fuck? Das war ein geiler Typ. Wurscherlasten, boah. Ja? Leck mich am Arsch. Der Irgendheit ist auch, ey, perfekt getimed, also. Was ist los mit den? Don't push. Don't push. Krasch, ich verarsch. Don't push it. Dürfen ich, vorhin dürfen ich gebingen das? Ne, ich glaub auch. Das ist echt auch nicht so nett, find ich, Alter. Wir wollen einen Drake machen. Wir wollen irgendwelche Sachen machen. Die haben nicht mal Smite, Alter. Wir könnten Baron machen, wir können alles machen. Haben wir überhaupt schon einen Drake gemacht? Keine Ahnung, glaub nicht. Svex Horrender? Achso, ja, klar. Svex Horrender, please. Oh, war ne geile Kugel von mir. Ey, Fizz. Fisch. Don't talk between when I talk. Auf zum Fischmarkt. Das war nicht der Fischmarkt. Oh, ja, nice. Hat noch getroffen. Ey. Das sind ein Fisch, Ed. Der hat noch connected. Da rennen wir voll in die Arme. Oh nein, normal. Fake. Nein. LOL. Ich hab den nicht gesehen und der Erste hat direkt getroffen. I got it on the base. What the fuck. Du hast den Sex von meinem Tower. Look at me now, Mum. Okay. Wir looken mal at deine Mum. Ja, wir looken die mal an. Ey. Oh Gott. Das war keine gute Idee. Oh. Nein. Marlon. Bitte. Talk between. Bitte mach irgendwas. Oh Gott. Ah. Ja. Scheiß auf den Tower, alter. Der ist wichtiger als du gewesen. Nein. Überhaupt nicht. Guck mal. Guck mal. Guck mal in die Base. Guck mal in die Base. Mal an. Alles klar. Wird sagen. Läuft. Ja, läuft echt. Mit deinem Scheiß-Bumerang, ey. Ich bin dir so in den Arscher-Scheiß-Dinge. Xerof gefällt mir, ey. Ich glaub den spiel ich nächstes Mal nochmal, wenn ich mitte spielen sollte. Nie mehr. Ja. Okay. Gut. Ich verstehe, ist kein Problem. Ja. Kann ich nachvollziehen und das alles. Ich erlaub mir sowas nicht mehr. Nee, das kann ich nicht. Bist du auch krank gewesen? Ja. Find ich auch. Vor allem wegen der, ähm, wegen den Windböden. Ja. Die Windböden sind echt. Ja. Wundert euch übrigens nicht, falls die Minions und die ganzen, äh, Viecher im Jungle und so anders aussehen. Ich wollte die, ähm, neue Map darauf machen und irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Der hat nur die Minions übernommen. Oh. Was macht ihr denn da? Ja. Oh Gott, sie hat voll angetäuscht. Die Bitch. Halt it an. Easy. Hm, easy. Gib dir gleich easy. Fisch. Oh Gott. Ja, lass mich in den Tower rennen und flash dann weg, ey. Voll nett von dir. Ja. Ach, ein Penner. Der Stu will auch Sex. Oh, komm Katharina, komm bitte hier in meine Nähe. Du, ich weiß, du bist greedy. Oh, bist du nicht? Okay. Schade. Hallo und ich bin hier. Nein, too many of them. Das sind nur zwei, drei. Oh, Ari. Das sind nur zwei, drei. Oh, Ari. Oh, geil. Komm. Hier. Herr. Give it to me. Oh Gott. Da war irgendwer. Da. Das ist doch nur Katharina. Das ist nur Katharina. Das ist nur Katharina? Oh. Alter, okay. Oh, gut. Warum nicht, ne? Fisch. Da ist Katharina. Oh. Ich hab sie gestunt. Oh. 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 Geil. Give me. Give me the damage. Oh, Fisch. Don't fish it. Oh, unfair. Naja. Ich hab ihn gestunt. Alles cool. Alles Formel. Too good for this game. Too good for this game. Ist einfach so. Leg nicht daran, dass die irgendwie 0 zu 4 sind oder so. Das ist einfach. Wir haben auch den Skill. Das ist einfach so. Salziger. Genau. Ja. Salzig. Anal. Anal. Alles klar. Alles klar. Warum nicht? Der Yasuo pusht irgendwie durch. Aua. So ne I want you. Mhm. So läuft das hier also. So läuft das hier ja. Ah. Die Katharina ey. Oh. Yasuo. Gimme Sex. Komm. Komm her. Yasuo. Gimme das Sex. Oh Yasuo. Ich will dich. Will aber nicht. Oh. Ari. Dann will ich Ari. Unfair. Ja. Ah. Scheiße. Oh Gott. Das war schlecht von mir. Hey. Oh Juge. Ich sehe das ist lustig. Ich mag den Tera ist lustig. Ja. Ja. Das auch. Oh. Oh Mann ey. Oh Mann ey. Sehr auf kann man nicht gut spielen. Ey. Don't wait. Alter der Damage. Oh. Da war der neben. Ah. Der Penner. Hey. Schlagscheiße. Hä. Was ist denn? Don't ping me. Don't ping me in die Ass. Oh schade. Ich dachte sie rennt da rein. Oh Gott. Oh. Hey. Ich bin ein ganz Eichhörnchen. Das war schwer ey. Man kann das voll einfach ausweichen irgendwie. Bam. 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 Malon. Bam it. Nein. Mit ihm. Ja auch. Baaah. Der Damage. Get Crush. Get Crush. Okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben noch voll viele getötet. Ich bin careful. Carefree. Ja. Ich bin careful. Carefree. Ich bin careful lol. Na komm her. Äh. Okay. Huah. Und. Huah. Und. Ja. Ja. Give me the legend, Davy. Das war der Plan ey. Das war der Plan. Ja. Ja. Ich würde sagen, das war ein gutes Spiel. Ja. War fair und alles. Ja. GG well played und bis zum nächsten Mal.